Ich dachte, ich könnte dir vertrauen, du schlimmer Junge, aber hinter meinem Rücken auszugehen, mit dieser schmierigen Verkäuferin zu küssen und zu knutschen in der Öffentlichkeit. Aber Mom, sie ist... Sie, ich sag dir, was sie ist. Sie ist eine geschäftstüchtige Person. Der Schlangenkopf bringt uns viel Angst und große Gefahr. Du bist gebrannt, Mark. Das ist ein Zombie. Hier ist Sergeant Barlow. Ich möchte einen mehrfachen Norder melden. Das ist ein Zombie. Die Trappe hoch, ihr widerlichen Kreaturen!